Also, wir stehen hier in Magdeburg vor dem Rathaus. Und da hinten im Rathaus ist heute wirklich Historisches passiert, wie Stadtrat Oliver Müller die Geschichte genannt hat. Er nannte es eine historische Stadtratssitzung, denn die Sanierung der Stadthalle wurde beschlossen. Es ging um die Hyperschale und es ging natürlich um die MDCC-Arena. Und die von vielen so gewünschte Variante ist beschlossen worden. Der Stadtrat Magdeburg hat entschieden, bei vier Enthaltungen und nur vier Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen, die Nordtribüne. Der legendäre Block U wird umgebaut zu einer reinen Stehplatztribüne und das in der größeren Variante. Das heißt, in Zukunft werden dort 10.000 Menschen Platz finden und die Kapazität der MDCC-Arena, die vergrößert sich auf 30.000. Die ganze Geschichte kostet sechs Millionen, die kleinere Geschichte hätte vier Millionen gekostet. Aber es ist entschieden, der Stadtrat hat entschieden, es wird passieren. Wir müssen vielleicht ein bisschen kurz in die Vergangenheit schauen. Die MDCC-Arena, Mitte der 2000er Jahre gebaut und entstanden. Damals gab es auch Diskussionen, 15.000er Variante oder 25.000er Variante. Da gab es im Stadtrat verschiedene Stimmen. Viele haben gesagt, das kleine Stadion reicht. Die Geschichte hat uns gelehrt. Nein, es hätte niemals gereicht. Der 1. FC Magdeburg hat im Moment einen Zuschauerschnitt von 17.800, knapp 18.000. Da hätte ein 15.000er Stadion nicht gereicht. Und der OB hat es eben oben auch in der Stadtratssitzung gesagt, man muss bei einem Stadionbau oder bei einem Umbau 20 Jahre vorausdenken. Und in 20 Jahren will der FCM ja in der zweiten oder vielleicht sogar in der ersten Liga sein. Also ist eine sehr weitgehende Entscheidung hier heute getroffen worden. Damals in den 2000er Jahren dachte man ja noch, Länderspiele im Stadion, da reichen vielleicht 25.000. Der DFB hat dann gesagt, nein, wir brauchen 45.000. Also Länderspiele gibt es in der MDC-Arena sowieso nicht. Klar, für Frauen und für U21 gab es sie schon. Deshalb ist der Umbau in Sachen Stehplätze jetzt durchaus legitim und durchaus die richtige Entscheidung. Und die gute Nachricht, nach der Ertüchtigung kann da auch gehüpft werden. Deshalb auch nochmal die klare Ansage, es ist keine Sanierung. Das Stadion Magdeburg ist nicht kaputt oder zerstört oder marode. Nein, es ist ein anderes Nutzungsverhalten in den letzten Jahren entstanden durch die großartige Fanszene des 1. FC Magdeburg, die da eine wahnsinnige Stimmung verbreitet haben. Und deshalb gab es logischerweise in Stehplatz, besser gesagt in Sitzplatzbereichen, Statikprobleme. Ganz logisch, in anderen Stadien, wo Sitzplatzblöcke sind, kann so eine Fanbewegung auch nicht stattfinden. Das kennen wir von Brücken oder von anderen. Deshalb ist es großartig, dass sich der Fußballklub, der 1. FC Magdeburg entschieden hat. Ja, wir wollen die große Variante. Und auch die Fans des 1. FC Magdeburg haben gesagt, ja, wir unterstützen diese große Variante. Und einer, der sich auskennt, Matthias, ist jetzt mit dabei. Matthias sitzt im Aufsichtsrat als Fanvertreter. Matthias, die Entscheidung hier heute, auch aus eurer Sicht, eine richtig gute, oder? Natürlich, das ist historisch. Wir können jetzt natürlich nach oben blicken. Wir überlegen jetzt mal 5.000, das ist, was der Schnitt in Halle hat. Das ist natürlich eine Freude, dass wir das jetzt oben drauf kriegen. Ja, und das ist natürlich wirklich einmalig. Wie ich es gesagt habe, ihr habt vorher gesagt, ja, ihr bringt euch ein. Ihr seid durchaus bereit, die Entscheidung mitzutragen. A, für die Kultur dann in der neuen Tribüne zu sorgen. Und B, auch bei der Finanzierung irgendwie dabei zu sein, was natürlich über mehr als Symbolik nicht hinweg geht. Aber immerhin, das Zeichen war auch den Stadträten eben sehr wichtig. Das ist natürlich klar. Ja, wir sind Teil der Stadt. Wir wollen die Stadt repräsentieren. Wir wissen, dass es in der Stadt an manchen Ecken und Enden hapert. Wir wissen, wir haben jetzt irgendwie was gefordert. Und wissen, dass sicherlich einige darunter leiden werden. Und um das eben gering zu halten, sehen wir uns natürlich auch in der Pflicht. Und wir werden da genauso unseren Teil dazu beitragen, wie hoffentlich der Verein natürlich und eben die Stadt und alle, die sich dafür aussprechen. Jetzt steht noch nicht fest, wann der Baubeginn ist. Definitiv wird es während der Bauphase eine Sperrung der Nordtribüne von vielleicht vier Monaten geben. Da wird Block U umziehen müssen. Auch das haben die Fans sicherlich einkalkuliert. Ja, natürlich. Wir waren ja in dem ganzen Prozess. Und da möchte ich nochmal Herrn Trüppert dranken und der ganzen Stadt. Immer involviert. Wir konnten uns artikulieren. Wir konnten sagen, was wir für Wünsche haben. Und natürlich sind wir uns auch dessen bewusst, dass wir da auch eine Zeit lang Einschränkungen haben. Die nehmen wir natürlich in Kauf und unterstützen da auch die Stadt bei der Planung und der Umsetzung dessen, was zu beschlossen wurde. Also, es steht fest, der Umbau passiert. Wann er passieren wird, steht noch nicht fest. Bei solcher großen Geschichte, sechs Millionen Kosten, muss es europaweit ausgeschrieben werden. Das heißt, ein möglicher Baubeginn, vielleicht noch Ende des Jahres, vielleicht in der neuen Saison. Das weiß hier noch niemand. Aber der Umbau passiert. Die Fans, Matthias hat es gesagt, sind bereit, dann umzuziehen. Und die Frage muss ich dir einfach stellen. Sollten wir dann diese Tribüne dort haben, 10.000 Menschen in blau-weiß auf der Nordtribüne, so ein bisschen Vorfreude gibt es da bei euch auch schon? Ja, ein bisschen Vorfreude und Angst. Ja, wir sind ja nun schon die Besten. Das haben nun schon mehrere festgestellt. Also, wo das jetzt hingehen soll, ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, es wird so, wie ich es mir vorstelle. Und die Gänsehaut ist jetzt eigentlich bei den Gedanken schon dabei. Ich danke dir erstmal, dass ihr in dem Prozess so dabei wart. Das ist eine großartige Sache. Und ganz wichtig, dass es nicht über die Köpfe der Fans hinweg beschlossen wurde, sondern mit euch gemeinsam. Vielen, vielen Dank. Also, die Sache steht. Baubeginn ist noch nicht klar. Aber die MDCC Arena wird dann in Zukunft 30.000 Menschen Platz bieten. Und der Oberbürgermeister hat es gesagt, 30.000, Leverkusen, Wolfsburg. Wir wissen, in welchen Ligen die spielen. Also, Magdeburg scheint vorbereitet in Sachen Profifußball, zweite Liga. Und dann gibt es ja noch eine Liga, eins weiter drüber. Aber das ist dann alles noch Zukunftsmusik. Ein kleiner Wink an der Stelle vielleicht. Es geht ja um die Finanzierung. Sechs Millionen. Die Stadt wird es finanzieren, egal was kommt. Aber der OB hat in einem kleinen Nebensatz, einen ganz interessanten Satz gesagt. Die Landesregierung hat ja den Bau des Stadions in Halle sehr großzügig unterstützt. Und da die Landesregierung ja fair ist und wir alle uns so gut vertragen in unserem Land, würde er sich freuen, wenn auch es Seiten der Landesregierung Unterstützung für den Umbau des Stadions Magdeburg geben würde. Dann hätte die Landesregierung beide Stadien unterstützt und beide wollen ja dann auch Kulturhauptstadt werden. Und irgendwann hätten wir uns dann alle lieb. Also hier im Rathaus die Fans feiern. Die Stadtratssitzung geht noch weiter. Und für den Fußball in Magdeburg eine wegweisende Entscheidung hier heute. Tschüss.